Wir haben hier im Kloster die Veranstaltungsreihe Raus ins Kloster gemacht und dabei halt verschiedenste Veranstaltungsformate wie Sommer, Kino, Konzerte, Kabarett angeboten. Nicht vergleichbar mit dem normalen Kloster Sommer, aber darauf kann man sich ja dann auch bald wieder freuen. Für nächstes Jahr ist natürlich wieder geplant den Klostersommer durchzuführen und auch das Sommer Kino. Das Besondere an diesem Stellplatz ist die Lage. Direkt an der Nahgold- und dem Nahgold-Teilradweg gelegen und mit Blick auf das Kloster in Hirsau und weit des schönen Schwarzwald mit seinen Wanderwegen vereint dieser Stellplatz Kultur und Natur auf das Beste. Nächstes Jahr feiern wir hier 950 Jahre Kirchweih der St. Aureliuskirche, die wir hier im Hintergrund sehen und da freuen wir uns in Hirsau hier nächstes Jahr drauf. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.